Hi Gude, hier bist du richtig, hier kannst du bleiben. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sind wir beim Jeffrey in der Werkstatt und zwar geht es um die Gladius hier im Hintergrund. Die fährt ja dieses Jahr in der EDM bzw. im EDM Rahmenprogramm die Twin Cup. Twin 700, irgendwie sowas heißt das mittlerweile. Und die bauen wir jetzt auf, weil die hängt hier, wie ihr seht, ein bisschen sehr in der Luft. Und ich habe gerade schon mal ein Kühlerschutzgitter festgemacht. Wir machen jetzt noch gleich die Felgenbausch noch zusammen. Es wird noch einiges passieren. Der Patrick von WJH Engineering kommt auch noch. Und das dauert aber noch ein bisschen und da wird er auch noch ein bisschen was dran machen, was wir halt nicht so hinbekommen, weil er ist der Mechaniker, nicht mir. Auf jeden Fall, ich werde den Jeffrey dieses Jahr wohl auch etwas begleiten bei den ganzen Rennen, da wo ich zeitlich halt mit hin kann. Weil ihm ist der Mechaniker abgesprungen und ich werde ihm da einfach so ein bisschen unter die Arme greifen mit Räderwechsel, mit was weiß ich, wenn mal nach einem Sturz irgendwas ist und was auch immer. Ganz kurzer Reminder nochmal an der Stelle. Wer Bock hat, im April findet das erste Event statt bei gas.eu, die Gas Family. Es geht wieder los und zwar am 8. bis zum 11. April in Cremona. Könnt ihr euch gerne noch einbuchen, es sind noch ein paar Plätze frei. Schaut gerne mal vorbei. Link steht unten drin. Habe ich euch verlinkt. Könnt ihr gerne reinklicken. Und für die Frauen unter euch bekommt 30% Rabatt auf das Nenngeld. Also auf die Startgebühr, auf die Einschreibergebühr. Schaut gerne vorbei und dann würde ich sagen, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt sind wir hier am Gewinde nachschneiden, weil so viele Gewinde an dem Motorrad einfach nicht mehr so geil sind. Und ja, jetzt versuchen wir so ein bisschen unser Glück und wollen das gute Stück anpassen, festhalten können. Ja. Soviel dazu. Julia hat eben schon erfolgreich Montalstände zusammengeschraubt. Und jetzt ziehen wir mal weiter, dass wir hier fertig bzw. vorankommen. Jeffrey zieht gerade die Reifen auf. Kannst du da nicht filmen? Ne, der meint, es geht nicht. Es ist zu wenig Platz. Da kannst du mal gucken. Keine Macke in die Felge gemacht. 1 zu 0 für mich. Diese Felge gut. Weißt du, ich hänge als hier oben, jetzt hast du ja Klebeband hingemacht. Ja. Wenn ich hier so hänge, komme ich mit meinen Haaren, dann denkst du... Da stehen die auch so 2 Meter weit draußen. Und deswegen, da denk ich halt, sag mal, wo klemmen die denn ein, ey? Und dann bleib ich hier als Hänger, die kacken Klebeband. Das find ich witzig. Leck mich aber vom Arsch. So, wenn du so Freunde hast, gell, brauchst du keine Feinde, ey, ohne Mist. Und so Leuten hilft mir dann auch, ne? Ja, logisch. Das war's. Das war's. Schmerz. So, people's in the house. Wirklich? Allah. Ja, es wird. Es wird. Der Wagger wird. Und jetzt haben wir das fest. Und das... Was hast du? Nichts. Und dann haben wir das fest. Ich glaube nicht. Jetzt wird's wieder Leute geben wahrscheinlich, die das als Erklärvideo sehen und das dann schlechtreden wollen, wie das im Internet so ist. Weil das Internet ist wie Oster, ne? Da hat jeder Eier. Der war gut. Aber gut, das soll ja kein Erklärvideo sein. Wir wollen ja einfach nur Spaß haben. Bisschen Schrauben. Wir haben Spaß. Und dass der Jeffrey, der Jeffrey Mops, schön... Dass der schön in der IDM, im Rahmenprogramm der IDM fahren kann mit seiner Gladius im Twin Cup. Mein Racing Bike. So, jetzt haben wir hier neue Bremskollege drin. Auf jeder Seite. EWC Brakes. Ich hab keine Ahnung, ob die was können. Musst du die fahren? Äh, nein, muss ich nicht. Aber das sind tatsächlich aus Erfahrungsgründen anderer Fahrer wohl die Besten. Das sind die Besten aus Erfahrungsgründen anderer Fahrer. Okay, ich hab damit keine Erfahrung. Wir sagen Tschüss. Ich hab keinen Bock mehr heute. Visionale Myth. Wir haben zwei Uhr nachts. Jo. Äh, was haben wir denn heute alles gemacht? Hast du nicht nicht viel? Du nicht viel. Was hab ich denn heute alles gemacht? Wir haben die Bremsscheiben montiert. Wir haben die Felgen zusammengebaut. Radlager gemacht. Reifen aufgezogen. Alles angebaut. Die Radlager sind übrigens nicht defekt. Wir haben es hingekriegt, dass alle richtig drin sind. Fürs erste Mal nicht schlecht. Ja, also dafür, dass der Jeffrey das gemacht hat mit seiner komischen Gewalt. Ist okay. Ich hab keine Gewalt. Ja. Mit viel Hitze und mit viel Liebe hat er die Radlager reinge... Richtig. Schön die Radlager reißen. Reinfallen lassen. Ihr habt ja alles gesehen. Also, was haben wir denn jetzt noch? Ähm, der Start-Stop, also die Start-Stop-Automatik muss noch angeschlossen werden. Die Start-Stop-Automatik, alles klar. Ja, der Starter-Schalter muss noch verkabelt werden. Der von Domino. Es muss der externe Lüfter-Schalter noch verkabelt werden. Jeffrey, wir reden davon, was wir heute gemacht haben. Nicht, was noch gemacht werden muss. Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß auch noch, was gemacht werden muss. Ja, wir haben noch die Bremsbläge eingebaut und sauber gemacht, die Bremszahne. Genau. Kettensatz hast du gemacht. Kettensatz-Hahn gemacht. Lauter so Spielereien, ja. Die Kerzen haben wir das letzte Mal schon gemacht. Kerzen. Ähm, Ölwechsel muss noch. Ölwechsel muss noch gemacht werden, aber das ist auch das, was gemacht werden muss. Das interessiert uns ja gerade noch. Achso, und eine Verkabelung vom Zinsschloss. Ja. Haben wir auch erwähnt. Sau cool. Ja. Danksauer, aber sicher wird sowas. Wird noch gebastelt. So, hier. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Euer Lukas61. Tschüssi. Tschüssi.